Die Marchetta-Schwestern Meine umwerfenden Mädchen haben ein tolles Leben Ja, sein Geschmack ist gut. Du hast ihn ausgesucht, aber er findet ihn schön. Bis sie Ich werde es euch so vorsichtig wie möglich mitreiten. eine schlechte Nachricht erhalten Unsere Zukunft ist im Arsch. Jetzt sind sie Ihre Karte wurde nicht akzeptiert. Hey, was machen Sie da? Wir sind Pleite? Ich würde Ihnen empfehlen, Sie organisieren sich sowas wie einen Job. Was sind Ihre Fähigkeiten? Sowas wie tippen. Oh ja, wir schaffen etwa 10 SMS die Minute. Sehen Sie? Out Ich habe keine Klamotten. Ich habe doch noch die aussortierten Sachen. Und obdachlos Jemand muss uns sofort abholen, komm. Lady, das macht 1,35 Dollar. Was denn? Erst kommt der Service, dann das Trinkgeld. Hilary Duff und Hayley Duff in einer Komödie über das, was passiert, wenn verwöhnte Gören auf das echte Leben treffen. Ihr seid alles, was mir wichtig ist. Material Girls Jetzt auf DVD und denn die Musik auf DVD Untertitelung des ZDF, 2020